und willkommen wieder bei abetube mit dabei sind und jetzt spielen wir mycraft hunger games ja genau ich fall von hülle und sterbe ja da kann ich bin ich bin und ich bin erwecken das jetzt wartet wir müssen kurz und das ganz schnell in ihrem sie zufrieden das zufrieden die ist es nicht so viel zufrieden Prozent Prozent zwei Prozent nach Binnen zu einer Samuels okay wir gehen jetzt die Masse und auch auf folgt mir geht er heißt wo bist du Jokes hinterher wo ist die Busten die 2 es wird das funktioniert hier nicht mal die Schuss Hedrick auch um wenn ich nicht so gut okay das ist ja ihr sucht euch jetzt einen Platz aus wie müssen wir hinten rechts in der Ecke nicht ich bin schon Ok. Leg ich? Ich zähle bis 3 und dann muss... Ey! Zeitdreh! Los! Planspans! Komm mal jetzt hoch! Es legt! Es legt! Es legt! Neee! Einfach nur Zeitverzögerung! Ja, ne? Es geht so nicht. Alter, Joga! Ja, das legt! Ja, das legt! Meine Hand geht gleich in den Gesichtern. Okay, Joga! Eins. Okay. Okay, das legt nicht mehr so. Okay, jetzt hier auf den Platz. Bisschen wir jetzt zu den Truhen laufen? Nein, müssen wir nicht. Aber es wäre ein bisschen sinnvoller, aber komm. Okay. Eins. Warte, ich zähle. Ich zähle bis 3. Okay, zähle aufs 3. Zwei. Drei. Scheiße! Geh dran, die Truhe! Drei. Drei. Ja! Ja, was für... Hä? Zertrick rennt einfach weg! Mann! Wo ist er? Er tönt es mich! Er tönt es mich! Zertrick stirbt gleich! Mann, das ist unbettig! Ja, was denn ist doch Hunger, Gain? Hä? Seht es doch in deiner Nähe. ja aber er hat doch auch Waffen ja voll unterdreht ohne Waffen mann er läuft mir so auf wie ein Stück Scheiß an und ohhh nein er klaut mir meine Sachen nein nicht ach so ich hab was anderes gefunden stimmt ja oder? hey wo geht's denn hier rein bitteschön alter ihr solltet sich ihr zollt ihr sich das Eisenschwert ist ein alter hier ist gar nix drin ich schwöre ich komm jetzt Cedric und kill dich nein ich geh nicht zum Tummel wieder hey wo ist denn hier was da ist nicht mal was drin da ist Cedric NEIN NEIN ich geh zum ich geh zum das war ein geiler Rappelchen ok ihr seht du stirbst jetzt nee hast du Eisenschwert? ich hol mir gleich eins ich hol mir gleich eins hast du ein Steinschwert? ja ich bin der Stasitz für dich schnell oh fuck alter ja ja und ich bin weg komm her komm her nee lass mal stecken ich schwöre komm her noch auf schau dir Stasitz aber was ist denn wir tun sie mich grad an übrigens wenn sie mich grad an warum nein Patrick ist gestorben Schluss ich suche ich suche ich jetzt hat er ziemt sich als hunde ja also gerade gesagt also wie ich habe doch oft ein stück ich sehe jemanden dass sie diese kannst du nicht so aufstehen du drückst grad auf den mann jetzt tötet er mich ich habe keine waffe ich habe ich habe die gott geholfen dann führten und kippen die kauf des spektrums komm mit holen das ist das mit truhe man es liegt zu einer an dem zu machen das hat weg ich will mir zu tippt 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 los an rachen kommen und ich bin so was rausgenommen naja aber er hat er ist unten durchschnittlich weiter möchte ich zählen mit 2 wer So ist das schon gezehnt. Scheiße, ich bin irgendwo gefangen. Darf ich nicht mehr rauskommen. Achso, ich mach mir einfach einen Eimer. Hä, wieso ist der kleine Hund so krassiv? Dass ich töten ihn? Vielleicht hast du ihn ja geschlagen. Aber jetzt wird er gezielt, ne? Wann warum ist da nichts? Ich schwimme jetzt irgendwo drüber. Ich bleibe jetzt noch auf. Ah, da ist noch ein Ding. War da schon jemand drin? In dem Turm? Ich glaube ich sterbe jetzt. Wieso? Stopp, mal seht. Nee, du hast eine... Dann holst du dich. Dann holst du dich. Dann holst du dich. Und du warst schon wieder von Mümmeln. Ja. Also das ist krank. Also das ist krank. Also das ist krank. Du bist bei Wiener Sporn. Doch Hunger Games. So, hier ist draußen. Ja, ich bin draußen. Ich kenne mich auch nicht mehr. Ich bin draußen. Ich bin auch draußen. Der Sammel hat gewonnen. Ja, ich bin auch draußen. Normal. Der Sammel hat diese Runde gewonnen. Ich weiß. Das war jetzt mal Jump'n. Ähm. Jump'n. So für Scheiß, Alter. Ich glaube, der hat diese Runde kackt. Auf Computer wäre geil. Aber hin. Nee. Okay. Aber das... Was hätte ich denn jetzt meine Playstation? Oh, hier sind's, deine... Da muss ich nur. Hier kannst du, deine Sporn. Ich habe meine Xbox. Ich habe meine Xbox. Jo. Oh! Was ist? die Runde ist ebenso vorbei. Ja, trotzdem. Ich hab extra Wurzler angeschaltet. Herr Ego, ich hab Ego gewonnen. Okay, Sam, er hat gewonnen. Ja, ich weiß. Und hier? Ich hab nur noch 3%. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Fall gefordert. Und hier. Tschüss. Ciao.